Zur Plus. Kleine Frage. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Pause. Warum strecken Hunde ihre Zunge raus? Ja, wieso eigentlich? Vielleicht, weil Hunde sehr frech sind und dich damit ärgern möchten? Das ist natürlich Quatsch. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn es heiß ist oder Hunde sich durchs Toben sehr angestrengt haben, hecheln sie mit herausgestreckter Zunge, um sich abzukühlen. Hunde haben nur an den Pfoten Schweißdrüsen. Sie können nicht wie wir Menschen über die gesamte Haut schwitzen. Um ihre Körpertemperatur zu senken, öffnen sie ihr Maul ganz weit und hängen die Zunge raus. Nun atmen sie viel öfter und schneller. Weil der Speichel verdunstet und in die Luft abgegeben wird, kann die Wärme den Körper auf diesem Weg verlassen. Manchmal hecheln sie aber auch, wenn sie aufgeregt oder ängstlich sind. Die Hundezunge ist übrigens ein wahres Wunderwerk. Hunde können ihre Zungenspitze unabhängig vom restlichen Teil des Organs bewegen und verformen. Sie ist nämlich mit sehr vielen Muskeln ausgestattet. Das könnt ihr zum Beispiel beim Trinken beobachten. Hunde knicken dabei ihre Zunge vorne ab und ziehen dann geschickt die Flüssigkeit nach oben. Und auch zum Fressen muss die Zunge ihren Job als Besteck erfüllen. Wusstest du, dass du deinem Hund an heißen Tagen mit ein paar Tricks helfen kannst? Gib ihm ausreichend zu trinken, such ihm ein kühles Plätzchen, geh am besten im Schatten und zu kühleren Tageszeiten spazieren und bürste ihn regelmäßig. Ach, so ist das also. Und zum Busse geben brauchst du deine Zunge ja auch noch. Ein Rezept, wie du für deinen Hund gesundes Eis selber machen kannst, findest du hier. Das wird deinem Hund schmecken und hilft beim Abkühlen. Hast du noch kleine Fragen, die dich brennend interessieren? Dann schreib sie uns gerne in die Kommentare. Nein, wie! Danke! Vielen Dank! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020